Hallo zusammen, ja, ich wünsche euch nochmal einen schönen Tag und muss mich mal berichten. In unserem Video, das wir ja vor kurzem hochgeladen haben, hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Es ist natürlich nicht Sonntag, es ist erst Sonnabend oder Samstag, je nachdem, wie ihr es bezeichnen und benennen wollt. Wir möchten uns entschuldigen, ja, wir sind im Stress, positiv im Stress, aber immerhin. Und außerdem sind wir ein bisschen zeitlos, wir leben so in den Tag hinein, da kann das schon mal passieren. Also nochmals, wir bitten um Entschuldigung und bringen nochmal drei kleine Nachrichten, damit auch dieses Video nicht ganz umsonst war. Die Welt ist in der Krise, aber zumindestens der VW-Konzern kann Positives berichten. Und dann ist zumindestens finanziell für die Aktionäre da die Welt in Ordnung. Man kann den Gewinn steigern oder den Umsatz, wie auch immer, obwohl es keine Chips aus China gibt und obwohl Krieg herrscht in Europa. Die Entscheidung von Teichmann, sich ebenfalls wie viele andere schon aus Russland zurückzuziehen, bedeutet für die Menschen dort keine Markenschuhe zu günstigen Preisen mehr. Diese Meldung lassen wir unkommentiert, nehmen sie aber zum Anlass, uns folgendermaßen zu äußern. Wir hoffen dringendst für die Menschen in der betroffenen Region und überall auf der Welt, dass der Krieg dort die Kriege im Allgemeinen so schnell wie möglich enden mögen und dass die Menschen zur Einsicht kommen. Also in diesem Sinne nochmal, Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag, obwohl noch nicht Sonntag ist. Es ist jetzt Sonnabend, aber auch den können wir in Gemütlichkeit genießen mit Freunden, Nachbarn, Verwandten. Geht hinaus, sagt eure Meinung, lasst euch keine Angst machen. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Musik 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 Musik